So, wir haben jetzt das Wiegen hinter uns und sind im Hotel angekommen, bzw. wollen mal schauen, dass wir einchecken können. Gucken wir uns mal an, wie das hier alles so aussieht, im Ring steht, am Wasser. Sieht ganz ordentlich aus, ne? Was meinst du? Reception. Reception. Check-in. Ja, ist schön hier. Ist schön, ne? So richtig wie auf dem Ponyhof. Wie auf dem Ponyhof. Das ist doch gut. Mal gucken, ob Bibi Blocksberg hier auch irgendwo ist. Und dann läuft das. Ja. Und dann wird für Pralität gesorgt. Für Pralität. Das heißt, wie machst du das? Wie Steve immer sagt, Pralität. Er wird geladen. Er wird geladen. Mit was leidst du? Ähm, obligatorisch mit Reis. Mit Reis. Mit Mais. Okay. Das finde ich vernünftig. Und trinken nicht. Und trinken. Wie viel trinken willst du heute? Mein lieber Coach meint, ist das 5 bis 6 Liter nochmal, Leute. Ja. Ich weiß nicht, ob immer das Essen wichtiger ist, aber... Aber... Gott, mutt, datt, mutt. Und morgen gibt's, wie gesagt, mal wieder ein Lächeln von mir. Ja. Wie gesagt, wir schauen, dass wir jetzt ein bisschen Ruhe finden, bevor das nachher vielleicht weitergeht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tx. Vielen Dank.